Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 17. August 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder an der Dniprofront nördlich des Dorfes Korsonka. Konnte die ukrainische Streitkraft einen weiteren Fluss überqueren und sich auf einer Insel im Dniprodelta festigen. Das betrifft hier den Korsakfluss, der hier direkt am Ufer der Westseite des Flusses verläuft. Russische Drohnenaufnahmen bestätigen den Beschuss ukrainischer Positionen im gelb markierten Bereich. Das bestätigt, dass die ukrainische Streitkraft dort präsent ist. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt gut möglich, dass die Ukraine hier auch einen größeren Teil der Insel kontrolliert. Bestätigung dessen haben wir zum heutigen Tag erstmal nicht. Damit bleibt der größte Teil dieser Insel in der grauen Zone. Damit haben wir heute die erste Bestätigung dessen, dass die Ukraine in dieser Region ebenfalls operiert. Erst vor einigen Tagen gab es von einigen russischen Militärbloggern die Information, dass die Ukraine vermutlich auf der Insel westlich von Nowakhovka präsent ist. Das ist hier dieser Abschnitt. Bezüglich dessen warten wir auf weitere Updates. So viel zur Dniprofront. An allen anderen Abschnitten kommt es erstmal zu keinen Veränderungen. Es werden weitere Artillerie-Duelle beobachtet. Zudem unternimmt die russische Streitkraft regelmäßig Fliegerbombenangriffe auf die Regionen Kherson, Belaziorca und Bereslav. Wir springen in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. Sehr schwere Kämpfe werden wieder vom Abschnitt Robotene gemeldet. Wobei an mehreren Abschnitten gleichzeitig gekämpft wird. Vor allem weiter im Dorf selbst. Die russische Seite unternahm dort einige Gegenangriffe. Es gab Berichte darüber, dass die Ukraine Teile der eroberten Positionen im nördlichen Teil des Dorfes wieder aufgeben musste. Einige Häuser wechseln regelmäßig den Besitzer. Wir sehen, dass vor allem der nördliche Teil des Dorfes intensiv von der russischen Artillerie getroffen wird. Das bestätigen Drohnenaufnahmen. Wir wissen also zum heutigen Tag definitiv, dass die Ukraine weiter Positionen im nördlichen Teil des Dorfes hält. In der grauen Zone wird weiter einen Hin und Her beobachtet. Daneben konzentrieren sich die Kämpfe weiter auf die Flanken des Dorfes. Wir sehen ukrainischen Druck vor allem östlich von Robotene, wobei es auch westlich des Dorfes Kämpfe gab. Dort gab es auch eine kleine Veränderung zum Vortag, die ich kurz zeigen möchte. Wer sich zurückerinnert, bis gestern hatte die ukrainische Streitkraft lediglich diesen Waldstrich unter Kontrolle. Hier gab es eine kleine Veränderung. Die Ukraine kontrolliert nun auch diese zwei Waldstriche und damit fällt dieser Bereich in die Zone, die die Ukraine aktuell kontrolliert. Ein ukrainischer Militärblogger behauptet, dass dieser Bereich auf einer Erhöhung liegt. Ich habe dies überprüft. Dies entspricht nicht der Realität. Wie schon gesagt, kommt es im Prinzip entlang der gesamten Linie, Robotene und Verbove zu ständigen Kämpfen. Die Ukraine unternimmt mehrere Angriffe in Folge. Die Artillerie arbeitet auf beiden Seiten ununterbrochen. Auf der russischen Seite sehen wir weiter einen äußerst aktiven Einsatz der Luftwaffe. Heute gelang es der 47. ukrainischen mechanisierten Brigade, einen Kamov-52-Hubschrauber abzuschießen. Gerade diese Luftfahrzeuge werden weiter sehr aktiv an diesem Abschnitt eingesetzt. Ansonsten werden erstmal keine Veränderungen registriert. Mich erreichen heute Informationen über weitere von der Ukraine eingenommene Stützpunkte in der Region, wobei ich erstmal keine Details habe. Dementsprechend werden wir dann morgen darauf eingehen. Ein populärer russischer Militärblogger behauptet, dass die Ukraine wieder zur Taktik zurückgekehrt ist, die zu Beginn der Offensive, also Anfang Juni, eingesetzt wurde. Nach intensivem Artilleriebeschuss russischer Stellungen bewegen sich mechanisierte Kräfte in Richtung dieser Stellungen und versuchen diese zu stürmen. Das ist jetzt deutlich besser möglich, nachdem ein großer Teil der Minenbarrieren nördlich von Robotin und Verbovo überwunden wurde. Bisher sehen wir aber weiter keinen Durchbruch, nicht einmal auf taktischer Ebene. Spannend bleibt weiter, was der Einsatz der neuen Reserven bringen wird. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen kommt es zu etwas größeren Veränderungen an diesem Abschnitt. Zumindest einmal sollten wir die Eroberung von Robotin in den nächsten Tagen sehen. Ansonsten schauen wir mal, was uns dieser Abschnitt in den nächsten zwei Wochen bringen wird. Abseits des Abschnitts Robotin sehen wir ukrainische Aktivität südlich des Dorfes Novopakovka. Das betrifft hier vor allem diese Hauptstraße. Entlang dieser Autobahn unternimmt die Ukraine einige Sturmversuche, deckt damit die Flanken. Hier wurden kleine Erfolge in diesen Waldstrichen registriert. Ich warte auf Bestätigung dessen. Und auf der anderen Seite der Abschnitt Vasiljevka in der Region Berdachatki und Scherebianke kommt es vereinzelt zu Gefechten ohne größere Bedeutung. Ein russischer Militärblogger vermutet in den nächsten Tagen einen größeren Angriff in Richtung des Dorfes Luchovit. Das Dorf befindet sich direkt westlich von Scherebianke. Bisher sehen wir das nicht. Die Aktivität hat hier in den letzten Tagen ein Stück zugenommen. Größere Angriffe werden aber auch hier erstmal nicht registriert. Das erstmal zum Abschnitt. Saporizje, wir springen in Richtung der Frontlinie in der Region Donetsk. Östlich des Dorfes Urozhaine zeigen Drohnenaufnahmen ukrainische Angriffe mit mehreren Schützenpanzern. Eine ukrainische Gruppe erreichte diesen Waldstrich hier. Das ist hier diese Position. Dort wurde diese Gruppe intensiv von der russischen Artillerie beschossen. Mindestens ein Fahrzeug wurde getroffen und wahrscheinlich beschädigt. Nichtsdestotrotz zeigt diese Aufnahme, dass die Ukraine einen lokalen Erfolg erzielen konnte. Zum heutigen Mittag wurde eine Veränderung in Form des dunkelgelben Bereichs registriert. Gegeben der vorherigen Konfiguration der Frontlinie war es sehr wahrscheinlich, dass die russische Seite hier bei leichtem ukrainischen Druck sich zurückziehen wird. Damit konnte die Ukraine im Laufe des heutigen Vormittags einen Vorstoß um etwa 500 Meter entlang eines Abschnitts von bis zu zwei Kilometern erzielen. Das war aber in diesem Abschnitt nicht alles. Etwas später war zu sehen, dass ukrainische Truppen auch östlich des Dorfes Urozhaine operieren, irgendwo in dieser Region. Damit fallen weitere ehemalige russische Positionen in die Hände der ukrainischen Truppen. Die russische Seite hat sich lokal ein Stück weit zurückgezogen, hält aber im Großen und Ganzen weiter die alten Positionen. Es kommt zu Nahkämpfen gegen Angriffewerten von der Ukraine hier nicht erwartet. Vermutlich wird die russische Seite versuchen, erstmal diesen Frontverlauf zu stabilisieren, um der Ukraine hier nicht die Möglichkeit zu geben, in Richtung Kermanschik durchzubrechen. Das sind zum heutigen Tag die zwei Veränderungen an diesem Frontabschnitt. Einige ukrainische Quellen behaupten, dass man südlich von Urozhaine einige taktische Erfolge erzielen konnte und sich entlang der Straße zwischen Urozhaine und Staronunovka nach vorne bewegen konnte. Diese Information kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht überprüfen. Es kann gut sein, dass die Ukraine hier zum Beispiel sich dem Mokriale-Fluss etwas genähert hat, aber auch diesbezüglich fehlt uns erstmal die Bestätigung. Die Hauptbemühungen konzentrieren sich, wie gesagt, aktuell östlich des Dorfes in Richtung Kermanschik. Westlich der Stadt Donetsk kommt es weiter zu Stellungskämpfen und Artillerieduellen an den bekannten Abschnitten Marienka und Avdivka. Dort weiter ohne Veränderungen. Wir springen an den Abschnitt um Bachmut. Heute hat die Ukraine um Bachmut wieder nach intensiver Artillerievorbereitung einige Angriffe gestartet. Russische Militärblogger behaupten, dass dies etwas intensivere, umfangreichere Angriffe sind. Wenn wir uns an die letzten Tage zurückerinnern, die Ukraine hatte hier vor allem versucht, russische Gegenangriffe abzuwehren. Nun ist wohl wieder der Zeitpunkt gekommen, selbst Angriffe zu unternehmen. Ein GoPro-Video zeigt den erfolgreichen Sturm russischer Positionen an dieser Straße in Klischivka. Das bedeutet, dass dieser Bereich zuvor unter russischer Kontrolle war und nun in ukrainische Hände gelangt. Das ist hier die einzige zum heutigen Tag bekannte Veränderung an diesem Abschnitt. Aktuell kommt es zu intensiven Stellungskämpfen im zentralen südlichen Teil von Klischivka, hier in der grauen Zone. Im Großen und Ganzen keine bedeutende Veränderung, was diesen Abschnitt betrifft. Auch nördlich von Bachmut hat die Ukraine einige Angriffe in Richtung Berchivka gestartet. Das behaupten heute ebenfalls russische Militärblogger. Auch hier kommt es zu Stellungskämpfen südlich und östlich des Berchivka Stausees, vor allem in der grauen Zone, ohne wesentliche Veränderung. Dort hatten schon die Positionen mehrmals den Besitzer gewechselt, und zwar schon über mehrere Wochen und Monate. Im Übrigen wurde laut ukrainischen Aussagen auch an diesem Abschnitt ein Kamuf 52 Angriffshubschrauber der russischen Luftwaffe abgeschossen. Auch hier werden diese Hubschrauber aktiv eingesetzt. Zum Schluss gehen wir an die nördliche Frontlinie. Dort bleibt alles weitestgehend stabil und ohne Veränderung. Die russische Seite unternimmt weitere Angriffe in Richtung Syngivka. Das Ganze nun schon seit fast einer Woche. Hingegen zahlreiche russische Aussagen gelangen es den Russen nicht, hier irgendwelche nennenswerte Erfolge zu erzielen. Die Ukraine hält die russische Seite weiter davon ab, in das Dorf einzudringen. Es wird vor allem nördlich des Dorfes, im Wald, aber auch östlich entlang dieser Straße gekämpft. Damit auch alles beim Alten, was diesen Abschnitt betrifft. Und damit sind wir auch schon am Ende, was den heutigen Tag betrifft. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.